Halli, hallo, liebe Zuschauer. Halli, hallo, liebe Zuschauer. Wir probieren heute... Halli, hallo, liebe Zuschauer. So, erzähl mal. Auf jeden Fall. Uns fehlen nur noch zwei Tagessorten. Und wir haben heute einer. Dragon Sweet Chili. Sweet. Sweet Chili. Oh ja. Wir haben eben noch eine andere Taki-Sorte. Jetzt fehlen uns nur noch eine Taki-Sorte. Und das ist Taki-Zombie. Die fehlt uns. Wir haben es noch nicht. Also, wir haben dann schon alle Taki probiert. Am besten fand ich die Nacho-Käse, die nicht scharf sind. Ja, so, dann machen wir auf. Sweet Chili. Darf ich so aufmachen? Nein, bitte nicht. Okay. Darf ich helfen? Nein. Jawohl. Richtig. Hier, 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 hier. Hier, hier, hier. Wow. Wow. Das steht auch hier so ein Kache, oder? Ja. Dragon, genau. Dragon ist schön. Ja, ich habe meine Milch bereit. Aber die hat nicht viele drin, gehört. Hier nicht. Nein. Hier nicht. Irgendwie. So, dann. Guck mal, ich habe es auch ganz blass. Die riecht ein anderes Scharf. Total andere Scharfe. Kann man... Ja? Das ist nicht so scharf, oder? Mh. 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 Lecker. Mh. Irgendwie frittiert, oder? Keine Ahnung. Mh. 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 Die schmeckt gut. Oder? Mh. Die Süße ist immer noch lecker. Ja, aber die ist auch sehr lecker, oder? Ja. Mh. 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 Also wenn das steht so Sweet Chili, ich dachte so in der Art von Süßsauersauce, aber ne, das ist total andere Einrichtung. Guck. Die schmeckt sehr lecker. Ah, hier. Mh. Steht ja auch immer so ein Thermometer. So. Wie scharf. Das zeige ich euch gleich nochmal, wenn wir es wunder machen. Da steht hot, also so in der Mitte. Oh. Guck mal, wie dick das sind zwei. Seht ihr das? Ja. Ja. Das schmeckt mir sehr lecker. Das schmeckt sehr gut. Guck mal. Ja. Mh. Ja. Ja. Wow. Top. Top. Ja. Was sagst du? Ja. 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 Was sagst du? Scharf und lecker. Scharf und lecker. Scharf und lecker. Ja. Ja. Hier steht das. Ha? Das zweitschärfste. Ja. Ja. Aber ich merke nicht, dass das sehr scharf ist. Es ist einfach lecker. Die, die wir da vorbereitet haben, die dann schärfer. Ja. Glaube ich auch. Danke, dass ihr das Video zugeschaut habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ja. ай